Im schönen Wahls Michael Bergen aus Aachen gegen Nelson Smith aus dem Fight Club Bingen. Michael Bergen hier, der mit frenetischem Applaus eingelaufen ist, viele Fans mitgebracht hat Aachen. Nur wenige Kilometer entfernt hier von der niederländischen Grenze. Eingebogen mit 82 Kilo, Nelson Smith in der roten Ecke mit 81 Kilo. Seine Altersunterschied, blaue Ecke 27 gegenüber 21 in der roten Ecke. Wir kommen von der B-Klasse, nun ohne Schutzausrüstung. Athleten werden zur Mitte gerufen. Keine Fragen auf beiden Seiten und wir kommen zur ersten Runde. Ringfrei, Runde Nummer 1. Da sehen wir schon, dass Michael Bergen hier versucht, die Distanz zu schließen. Beide Athleten in der Normalauslage. Nelson Smith, der etwas längere Athlet. Er hat ja auch versucht, mit langen Angriffen und spezikulären Kicks zu punkten. Schöner Lobkick hier von Michael Bergen. Der Nelson Smith aus dem Ruder ruft. Kurzzeitig das Gleichgewicht tatsächlich verliert. Und die Trennung durch den Ringrichter, wiederum ein schöner Lobkick gesetzt von Michael Bergen. Der Nelson Smith dazu veranlasst, kurzzeitig die Auslage zu wechseln. Doch er ist zurück, er ist zurück, bringt wiederum spektakuläre Kicks. Hier eingesprungene Kicks. Aber die Low-Kicks hier von Michael Bergen, die scheinen es doch in sich zu haben. Und hier auf beiden Seiten die Low-Kicks abfeuert. Auf das vordere Bein jeweils von Nelson Smith. Und ein Wurf von Michael Bergen hier, der Nelson Smith zu Boden bringt, nachdem dieser den Clinch initiiert hat. Und jetzt müssen wir ein paar Low-Kicks, die ebenfalls Wirkung zu zeigen scheinen. Und der High-Kick-Versuch von Nelson Smith. Allerdings abgefangen von Michael Bergen, der hier schön reagiert hat. Beide Athleten tragen das Kinn sehr hoch während des Schlagabtauschs. Eine absolut starke Runde. Erste Runde vorbei. Vorratige Leistung, großer Kämpfer willen auf beide Seiten. Und damit haben wir sehen, wie es weitergeht in der zweiten Runde. Nelson Smith wird da weiterhin gesprungen nach Trudem bringen mit den Kicks. Oder aber mit Michael Bergen hier mit seinen Low-Kicks. Für alle Fälle, Zyrus als herrschende von hochwertigen Autohandys und Smartphone steht für höchste Qualität in Verbindung mit bestessendem Design. Dankeschön nochmal für das Sponsorium. Auf geht's in die nächste Runde. Auf geht's in die nächste Runde. Rock No. 2. Das sieht jetzt aus. Betreuer aus dem Ring. Hier heißt es hier. Michael, weiter so. Super. Auf Michael, der Runde ist. Wiederum der Zugruf 2. Aus dem Publikum. Anfolgsrufe für Michael Bergen, die auch sofort aktiv nach vorne geht. Krachender Middle-Kick und ein schönes Knie aus dem Clinch hier von Nelson Smith. Michael Bergen lässt sich nicht beirren. Macht das gut, arbeitet schön und nimmt das Kinn zwar hoch, aber die Deckung stimmt zumindest. Die Aktion abwechslend von beiden Athleten hier. Ja, und Nelson Smith scheint da eine Lektion gelernt zu haben und nimmt jetzt durchaus weniger Low-Kicks auf das vordere Bein. Nicht etwa, weil er blocken würde, sondern weil er umspringt da, wie gerade die Auslage wechselt und dann sofort einen Angriff initiiert. Und jetzt macht er sehr gut und wir werden sehen, ob Michael Bergen aus der blauen Ecke hier vom Teilchen Aachen da gegen ein Mittel findet. Und wir müssen jetzt vielleicht eine Finte anzubringen und auf den Schrittwechsel zu warten von Nelson. Dann kann wieder ein Knie zum Kopf, nicht erlaubt hier in dieser Klasse der Athleten. Und Nelson Smith scheint da durchaus gut eingeschworen worden zu sein während der Rundenpause. Der durchaus jetzt hier Vorteile zeigt, schöne Rechte an den Kopf hier von Nelson Smith, die Michael Bergen abgefeuert hat. Aber durch die Runde hindurch, durchaus Nelson Smith wiederum mit einem schönen eingesprungenen Knie macht das wirklich gut. Und das zeigt die Qualität des Teams. Das ist das Fight Club Bingen aus der roten Ecke, die es hier gelungen ist, den Gegner neu einzustellen. Und den eigenen Athleten neu einzustellen, auch den Gegner. So dass er diese Runde hier und die Feder quasi hier aus der ersten Runde mitgenommen hat, die Firma aus Wöseln hat anpassen können, diese Runde hier erfolgreich vonstatten gehen zu lassen. So dass er die Runde kommt, diese Runde kommt, diese Runde kommt. Die dritte und letzte Runde dieses K1-Matches ist soeben freigegeben. eine Runde. Das ist eine wunderbare Aktion hier. Ich weiß nicht genau, wie es dazu kam, aber Michael Bergen verbarg sich hinter der Doppeldeckung zwischen den Seilen und Nelson Swift hat weiterhin auf ihn eingeschlagen, nachdem Michael Bergen das Knie schon am Boden hatte. Michael steht wieder und scheint hier auch bereit zu sein und hier wieder harte Schläge und ich glaube ein Schlag, Nelsons Rift ging zu Boden, allerdings sah es von hier aus so aus für mich, dass er wieder eine der eingesprungenen Attacken hätte machen wollen und in dem Augenblick den Schlag bekommen hat von Michael. Das heißt, keine wirkliche Trefferwirkung, sondern nur ein gleiches Gleichgewicht. Beide Athleten wissen, jetzt geht es darum, schöne Rechte ans Kinn von Nelson Smith. Beide Athleten hier bereit, alles zu geben, alles im Ring zu lassen in dieser dritten und letzten Runde dieses äußerst spannenden Matches. Beide Athleten atemschwer. Und die Runde ist vorbei. Sehr, sehr spannendes Match von beiden Seiten. Ein richtiges Auge, Schuss. Spannend sein, wie dies nun gewertet wird von den Punktrichtern. Beide Athleten mit wirklichem Kämpferherzern. Sehr schöner Neuangriff von Nelson Smith in die erste Runde. Meiner Meinung nach, wie auch für den inoffiziellen Punktrichterzettel abgegeben worden ist. Neu eingestellt worden von seinem Team, dem Fall Zerbingen. Hervorragend in die zweite Runde bekommen. Und Michael Bergen dann mit neuem Kampfeswillen in der dritten Runde. Und wir werden sehen, wie hier entschieden worden ist. Meine Damen und Herren, Ladies and Gentlemen, beide Kämpfer zur Mitte. Wir haben ein Ergebnis. Erstmal war das ein sehr, sehr spannender Fight. Riesenapplaus an beide Kämpfer. Absolut starke Leistung. Beide Athleten hier an dieser Stelle. Jedoch kann es nur einen Sieger geben. Sieger kommt diesmal aus der roten Ecke. Nelson Smith. Das ist der Sieg in der roten Ecke. Herzlichen Glückwunsch. Nelson Smith, der in der zweiten, sowohl als auch in der dritten Runde, doch tatsächlich hier noch das Ruder hat rumreißen können. Michael Bergen hier, sichtlich enttäuscht, aber durchaus mit einer Leistung. Bevor er sich nicht zu verstecken braucht, hier kann er sehr zufrieden sein. Wir werden von ihm bestimmt auch noch mehr sehen. Das ist das Schöne im Kampfsport. Nach dem Kampf ist man wieder befreundet. Gib dich die Hand. Respekt, Gegeneinander, Füreinander, alles passt. So, wir kommen zum nächsten Fight. Meine Damen und Herren, wir kommen zum Kampf Nummer 3. Meine Damen und Herren, bitte willkommen mit mir, in der roten Ecke. Ich bin der neue Titel von Düsseldorf, Hamzat Rahmat. Allotion ess. Vielen Dank. Ladies and gentlemen, coming to the challenger in the blue corner, our sim limbs ahead, Nino Kopp. Mit einer extra Einlage hier. Meine Damen und Herren, beide Kämpfer haben ein Kampfgewicht von 75 Kilogramm. Dies ist ebenfalls ein Key-One-Fight über drei Runden à zwei Minuten. Viel Vergnügen! Ein Kains-Match. Drei Runden à zwei Minuten. Nun angesetzt zwischen Hamza Rafat in der roten Ecke aus dem schönen Düsseldorf. Ihm gegenüber Nino Kopp vom Team Eight Limbs Ahead. Beide Athleten mit 75 Kilo. Das war's. 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 Seconds out. Seconds out, es geht fast im Ring. Die Runde ist freigegeben hier. Der Hamsad Rafat im Rechtsauslegerstand, der hier so gleich nach vorne marschiert. Und das ist das, was ich von ihm erwarte. So haben wir ihn in der Vergangenheit gesehen, mit Druck nach vorne. Der seine Gegner stellt am liebsten in der Ringecke oder in den Seilen. Und dann mit seinen starken boxerischen Aktionen hier das vorzeitige Finish. Aber Nenukov lässt sich das nicht gefallen. Bringt schöne Aktionen, viele Kombinationen. Schöne Schlagtechnik hier, abgeschlossen mit einem Kick. Das ist sehr gut bisher. Der leicht längere Gegner, leicht größere Gegner. Der durchaus hier mit seinen langen Beinen auch trinken kann. Und Hamza hier wie zu erwarten war, wie angekündigt. Mit dem Druck nach vorne und dann die Fäuste an den Gegner bringen möchte. Hier ein Highkick von Nenukov, der auch trifft zum Kopf von Hamza. Und da muss Hamza aufschlossen. Höne Kombinationen von Hamza, schön mit der rechten auch durchgekommen. Der Highkick-Versuch hier von Hamza. Sofort geantwortet zum Körper mit dem Kick von Nenukov. Die beiden Athleten schenken sich hier nichts. Wiederum der Highkick-Versuch von Nenukov. Ist ihm aber an der Deckung vorbeigeschnittert und über dem Kopf drüber von Hamza. Nenukov hier sehr offen mit seiner Deckung, während er kickt. Und die Runde ist vorbei. Starke erste Runde. Starke erste Runde hier von beiden Athleten, die hier starke Aktionen gezeigt haben, gefährliche Aktionen gezeigt haben. Hilter, Hilter. Hier und heute das erste Menschen, wir müssen auch hier das komisch geben. Das war's für heute. Kämpfer zu Mitte, auf geht's. In die zweite Runde. Ring frei, Runde Nummer zwei. Begabe zur zweiten Runde. Etwas Verhalteneres angehen von beiden Athleten jetzt. Der junge Hamza hier mit wirklichem Kampfesgeist, geht gerne nach vorne, scheut auch den Schlagabtausch nicht. 18 Jahre jung, aber kämpft schon wie ein Großer, hat ich fast gesagt. Ist sich hier nicht beeindruckend von den Kicks zum Körper, die seine rechte Seite schon sehr gerötet haben. Er marschiert weiter, bringt die Fäuste rein und scheint doch immer noch konzentriert zu sein. Er bringt weiter gerne den Druck, den ich anfänglich erwähnt hatte. So wie wir ihn schon eingeschätzt hatten, so wie wir ihn schon kennengelernt haben. Das macht er da sehr, sehr gerne und auch sehr gut. Und er wird auch in dieser Runde wesentlich erfolgreicher, möchte ich sagen, als noch in der ersten Runde. Lässt sich nicht so schnell auf das Clinch ein, sondern schlägt auch weiter, wenn er schon am Mann ist. Was sehr gut ist. So wie wir es hier sehen. Wer Hinekorb natürlich weiter Kicks anbringt in dem Zusammenhang. Da haben sie auch mal einen Kick ganz zugebracht hier. Und das macht er sehr gut. Er wartet jetzt gerne auf die Kicks von Hinekorb, bevor er dann reinmarschiert. Und das macht er sehr gut in dem Augenblick, wenn ihm das Bein gehoben wird, nach vorne zu gehen, die Distanz zu schließen, sodass die Kraft aus dem Kick rausgenommen wird. Sehr, sehr schöne zweite Runde hier, vor allem aus der Roten Ecke. Hansa Daffert vom Uhrzeitzentrum Düsseldorf. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Trennung des ZDF für funk, 2017 Die letzte Runde, ab zwei Minuten wird sie eben eingeläutet. Sehr, sehr schöner Druck hier von Hamza. Der Druck nach vorne macht Nino und die Rückwärtsbewegung zwingt. Und hier den Mundschutz verlieren lässt sogar. Und jetzt muss Nino reagieren. Jetzt ein Verbrecher. Hamsa zeigt dann, dass er bereit ist. Der Tiefschlag hier weggesteckt. 90 Sekunden noch in dieser dritten und letzten Runde. Hamza fest entschlossen, sich hier den Sieg zu holen. Und schon wieder ein Tiefschlag hier. Nino entschuldigt sich hier sofort mit Sicherheit keine böswillige Aktion von ihm. Keine absichtliche Aktion. Im Alfa des Gefächts kann das schon mal passieren. Dafür tragen die Athleten ja einen Tiefschutz unterhalb ihrer Kampfhose. Die Ermahnung an Nino Kopp. Und jetzt kommt Nino wiederum mit Druck nach vorne. Einer nach dem anderen fängt hier den linken Mittelkick von Nino ab und schlägt die gleich zu Boden. Nicht angezählt. Es geht sofort weiter. Nino antwortet jetzt sehr schön mit dem Kicks. Die wesentlich besseren und gefährlicheren Treffer hier zur Zeit von Hamza. Dem es gelingt, Nino in die Rückwärtsbewegung zu zwingen. Aber in einem K1-Match werden, liebe Damen und Herren, die Kicks oftmals mehr bewertet. Beziehungsweise werden mehr bewertet als die Treffer mit den Fäusten. Wir werden sehen, welchen Einfluss das im Nachgang noch haben wird. Aber die maßgebliche Mehrzahl der Treffer ist ganz eindeutig von Hamza Drafak aus dem Urteilzentrum Düsseldorf. Der wiederum ein Widerschlag gelingt, nachdem er den Kick von Nino gefangen hat. Die letzten 20 Sekunden werden eingeläutet. Und wiederum das Bein gefangen. Wiederum den linken Mittelkick von Nino Korb gefangen. Und dann das andere Bein gefangen. Was für ein Hammerweiz! Sehr, sehr schöne dritte Runde. Sehr starke Runde. Mir ist sehr, sehr gut gefallen. Der Jürgen Hamza Drafak mit der erst 18 Jahre hat hier an Willen gezeigt, weil ihm sich einige noch was abschneiden können. Nino Korb im Gegenzug. Sehr, sehr technisch gewesen. Bis zuletzt mit schönen Kombinationen. Was hat hier die Punktrichter mehr beeindruckt? Was wurde hier so gewertet, dass sie zum Sieg verhilft? Wir sind sehr gespannt. Mit den Augenblick sehen wir das Ergebnis. Von Ringsprecher Bakhtash Saeed. Meine Damen und Herren, meine Damen und Herren, willkommen zum Ergebnis. Wir haben einen Sieger. Dieser Sieger brauchte aber Applaus. Riesenapplaus an meine Kämpfer. Ein spannender Kampf bis zur letzten. Ich habe es genossen. Sieger diesem tollen Kampf. Kommt aus der Rote Ecke, Hamza Drafak. Herzlichen Glückwunsch. Hamza Drafak hier. Sein Siegeswille ist belohnt worden. Punktrichter Urteil für die Rote Ecke. Das Urteilszentrum Düsseldorf mit einem Sieg. Der junge 18-Jährige nimmt den Sieg mit nach Hause. Sportliches Abgrüßen im Nachhinein. Zwischen den beiden Teams, zwischen den Coaches, sowohl als auch den Athleten. So wie es sein soll in diesem wunderbaren Sport. Fliegen die Fäuste. Und es wird versucht, den Gegner hier zum Boden zu bringen, auf die eine oder andere Art und Weise. Aber im Nachhinein ist es eben doch nur ein Sport mit Regeln. Und in erster Linie, das hat sich der Sportsgedanke gemacht. Meine Damen und Herren, willkommen zum nächsten Kampf. Kampf Nummer 4. Dies ist ein Frauenkampf. Meine Damen und Herren. Please welcome with me in the red corner. I'll see fight up. I'll see you next time. Zibyla Besovic. Zibyla Besovic. Döber das. Döber das. Meine Damen und Herren. In der Katte reken. In die blauwe reken. Asim Taikinagen. Lea Milkoop. Lea Milkoop. Herzlich Willkommen. Meine Kämpferinnen haben ein Kampfgewicht von 67 Kilogramm. Dies ist ein Boxkampf. Über eine Distanz von drei Runden an zwei Minuten. Viel Vergnügen. Der Katte reken. In der Katte reken. In der Katte reken. In der Katte reken. Zibyla Besovic. En der Katte reken. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Ein Damen-Duell. Ein Boxkampf. Dreimal zwei Minuten. Ein Lokal-Derby. Städte-Duell. Beide Gyms aus Aachen. Die blaue Ecke. Lea Melikop aus dem Taikin. Aachen gegen Sibyla Bezovic vom Fight Club Exler-Chapelle. Beide Atletien bei 67 Kilo. 19 Jahre jung. Lea Melikop aus dem blauen Ecke. 18 Jahre Sibyla Bezovic. Sehr schönes Boxen, sehr sauberes, technisches Boxen hier. Das ist der Reichweite-Vorteil von Lea Melikop. Sehr schöner Druck. Sehr schöner Druck hier von Sibyla Bezovic, die hier Lea Melikop eindeckt mit Schlägen. Die Rückwärtsbewegung stellt. Die Rückwärtsbewegung zwingt, die Rückwärtsbewegung zu stellen. Marschiert weiter nach vorne. Eine schöne Kombination von Lea Melikop hier. Die Jeb rausbringt und Haken. Sowohl als auch aufwärtshaken. Sehr, sehr schön, sehr technisch. Gefällt mir gut. Lea Melikop geht auch hier etwas mit den Haken bei härteren Treffern. Lea Melikop macht das hier genau richtig, arbeitet weiter, lässt sich nicht beirren. Sind hier weiter die Jebs zum Kopf oder aber auch auf die Deckung von Sibyla Bezovic. Aber zumindest die Initiative an sich gegriffen, Sibyla Bezovic hier, wenn sie nach vorne geht mit den Links-Rechts-Schwingern, trifft sie doch immer wieder gut. Schöne Aufwärtshaken eingebracht hier von Sibyla Bezovic an das Kind von Lea Melikop. Ende der ersten Runde. Sehr, sehr schönes Match von beiden Athleten. Die beiden jeweils ihre Vorteile ausnutzen und auch ausspielen. Lea Melikop in der blauen Ecke hier. Offensichtlich die längere Athletin, die schön mit Japs und Geraden arbeitet. Sehr, sehr technisch ist Sibyla Bezovic, die etwas kleiner ist und genau das Richtige macht, nämlich die Distanz zu schließen, sucht und aus der Nah- bzw. Mitteldistanz dann wieder Schläge anbringen kann zum Kopf von Lea Melikop. Sehr, sehr technisch. Drieidel ist eine große Herausforderung. Drieidel verhältst du zur kommende Aufwärtshaken mit der Aufwärtshakenstelle Hübschen. Drieidel ist die Runde. Die Runde gerne hat die Fügel mit der Armaiter gelernt. Drieidel ist eine Runde. Drieidel ist die Runde. Drieidel ist die Runde. Drieidel ist die Runde und Reise. Wir haben die Runde in die Runde zu gewinnen. Drieidel ist die Runde stark. Drieidel ist die Runde des Runde zu stecken. Schöner Druck von Sibyla Bezovic, die wiederum Lea Mekop hier in die Rückwärtsbewegung zwingt, in den Seilen und in der Ecke zu stellen. Lea Mekop etwas überfordert hier, gelingt aber noch ein Zwei-Haken auch einzubringen. Das hat sie sehr, sehr schön gemacht. Ein solcher Aumit ist natürlich nicht, dass sie sich aus der Ecke rausbewegt, dass sie sich nicht stellen lässt, um Schlimmeres zu vermeiden. Ein sehr schönes Meiden von Sibyla Bezovic mit den Schlägen zum Körper, den langen Geraden zum Körper nach der Meidaktion. Das macht sie sehr, sehr schön. Schöne Rechte gerade hier an den Kopf von Lea Mekop. Bezovic sehr, sehr schönes Arbeiten. Und da wird die blaue Ecke kurz angezählt. Und dann wird sich hier eine neutrale Ecke geschickt. Das Match ist wieder freigegeben. Nun muss Lea Mekop alles geben. Lea Mekop hier das Kinn runternehmen und vielleicht auch den Eigenstand etwas vertiefen, etwas verkleinern. Sie müssen sich nicht so aufrecht machen, weniger Ziel abgeben. Und Sibyla Bezovic macht das hier sehr, sehr gut, dass sie aus der Marbe- bzw. Mitteldistanz immer wieder arbeitet. Von unten heraus. Und dann ist es wichtig, in solchen Augenblicken, dass man als defensiver Athlet zumindest den Kopf auf der gleichen Höhe bringt wie der angreifende. Eingreifende, starke Runde hier von Sibyla Bezovic der roten Ecke. Danke, der Coach vom Fight Club extra in Oshapen. Marco hier mit ihr in der Ecke kann sehr, sehr zufrieden sein. Und wenn dies so weitergeht, steht die Musik auf gar nichts mehr im Wege. Aber wir haben noch eine dritte Runde. Volle zwei Minuten, denen vieles passieren kann. Wir sind sehr gespannt, wie Lea Mekop nun eingeschworen wird. Wir sind sehr gespannt, wie Lea Mekop nun eingeschworen wird. Wir sind sehr gespannt, wie Lea Mekop nun eingeschworen wird. Und jagt sie von einem Ende des Rings in die andere. Bringt schöne Treffer an. Die erste 18-Jährige in ihrem ersten Match hier mit sehr, sehr viel Druck und sehr viel Siegeswillen. Macht sie sehr, sehr schön. Aber Lea Mekop immer noch im Spiel. Lässt dich nicht beirren. Und arbeitet weiter technisch mit ihren schönen, wirklich schönen Kombinationen. Sie ist aber immer wieder offen. Und das Kinn sehr, sehr hoch und bleibt auch zu aufrecht, meiner Meinung nach, wenn sie hier bedrängt wird und in der Ecke steht. Die Hälfte der letzten Runde ist nun um. Die letzte Minute beginnt soeben. Und Sibylla Bezovic weiterhin mit ihrem Konzept, das hier hervorragend funktioniert. Druck nach vorne. Fäuste regnen lassen. Links wie rechts und Lea Mekop. Scheint hier kein Mittel dagegen zu finden. Lässt sich zurückdrängen und stellen. Vorragende Rechte, dreimal hintereinander, die gleiche Aktion, dreimal hintereinander. Aber schien es, als hätten sie zumindest sehr, sehr viel Druck gehabt, wenn sie auch nicht ganz an der Deckung vorbei gewesen sind alle. Und die dritte Runde ist vorbei. Sehr, sehr schönes Match. Sehr, sehr technisch ausgeführt von der Mekop. Sibylla Bezovic hier mit dem Konzept, das sie in der zweiten Runde gefunden hat. Sehr, sehr schön in der dritten weiter fortgeführt. Und das Taikin Aachen gegen Falkchapp-Extra-Chapelle. Wir werden sehen, wie die Punktrichter hier entschieden haben, ob sie es ebenso gewinnen haben wie ich. Und hier den Sieg in die rote Ecke geben. Geben Beide Athletinnen Stimmen an einer großen 18 und 19-Jährigen In ihrem jeweils ersten Match Werden wissen, wie die Punktrichter entschieden haben. Wir haben eine Sieger. Die Siegerin kommt aus der rote Ecke Sibylla Bezovic Keine Überraschung. Sieg in die rote Ecke. Der stetige Druck nach vorne von einer Ecke in die anderen, jeweils am Seil gestellt von Sibylla Bezovic. Lea Mekop hat hier kein Mittel dagegen finden können. Und gibt hier den Sieg heute ab. Taikin Aachen verliert gegen Falkchapp-Extra-Chapelle. Riesenapplaus nochmal. Beide Kämpferinnen. Ganz starke Leistung. Und hier werden sehen, wie es nun weitergeht. Im fünften Match des Abends. Wieder auch mein K1-Match. Und dreimal zwei Minuten. Willkommen zu Kampfen oder vom fünften Schwergans. In die rote Ecke. Auf Sieg vor den Dimenüren. Maximilian Obershoff. Maximilian Obershoff. Vom Think gewção. Vom kommst du Kermit? Und da werden die Hallo gekommen. Herzlich willkommen zu Kkuhei. AusSpeem Seamjem Labczyk. Shroam Refik! Riffi! Meine Damen und Herren, beide Kämpfer haben ein Kappgewicht von 67 Kilogramm. Dies ist ebenfalls ein King-One-Fight über Nessans von drei Runden nach zwei Minuten. Viel Vergnügen! Wir haben es gehört, meine Damen und Herren, 67 Kilo für beide Athleten. Vermutlich das Team mit der weitesten Anreise heute Abend hier aus Leipzig, das Siam Gym, mit der Leitung von Mike Meppel, den wir hier sehen, mit dem besonders kurzen Haarschnitt in der Ringecke von Sharam Arefi, der einen Background im Karate hat und erst vor kurzem beim letzten Sieg eingefahren hat, durch einen wunderbaren High-Kick, rechter High-Kick zum Kopf des Gegners, nachdem er nach Punkten hinten gelegen hat. Das als Tipp von mir für Sie. Achtet auf die Beine des jungen Herrn. Hingegen über Maximilian Oberkopf aus dem Vodice-Mendüren. Er ist ebenfalls eingewogen mit 67 Kilo, 20 Jahre jung. Letzte Instruktionen des Kampflichters. An der 2. An der 2. An der 2. Beine Laufsingchen, auf geht's zur 1. Runde. Lassen Siegeln? Kampin 2 für 1. Runde. Genesis Fan von 3. Beide Athleten hier in der Normalausstellung, Normalauslage, erste Aktion hier von Maximilien, schöne Kombination. Schaum scheint hier etwas abwartender zu sein und da ist seine Antwort, schöne Schlagkombination, abgeschlossen mit dem Kick. Schöne Aktion hier von Charo Marafi, allerdings alles auf die Deckung, Maximilien macht das gut, hält die Deckung hoch und Charo ist hier noch nicht zum Körper gegangen, da war ein Mittelkick mal angesetzt, aber oh wunderbarer Drehkick, da sieht man den Background, den Karate. Maximilien schließt hier mit einem Knie zum Körper, aus dem Clinch heraus, sehr schön gemacht, Auslagenwechsel von Maximilien, um er den nächsten Angriff vorzubereiten, sehr sehr schön. So schöne Techniken von beiden Athleten, sowohl Paust als auch Beinaktionen in Kombination gebracht. Die Rötung auf der rechten Seite von Maximilien, da scheint der ein oder andere Kick doch an der Deckung vorbeigegangen zu sein von Charo Mund, da muss das Gleichgewicht sein, aber keine Schlagsuchung in dem Fall. Die erste Runde, sehr sehr spannend beendet hier. Auf geht's in der nächsten Runde. Rund Nummer 2. Seconds out. Seconds out. Wird treu aus dem Ring. Und die zweite Runde in zwei Minuten wird freigegeben. Die Kombination hier von Maximilian wiederum zum Körper gegangen ist von Charam. Charamarefi hier beißt die Zähne zusammen, marschiert und bringt die Fäuste ins Ziel. Maximilian hier immer wieder mit eingestreuten Knien. Macht er sehr, sehr gut. Schöne Rechte hier. Zweimal hintereinander. Anders gehen von Charamarefi. Und Maximilian nun mit dem Druck nach vorne. Wir machen das wirklich hervorragend. Schenken sich hier nichts. Lassen die Fäuste fliegen. Kämpfen fast mit offenem Visier. Schöner Ausflagewechsel wiederum von Maximilian. Immer wieder um das linke Bein vorzubereiten. Linke Kick oder linkes Knie. Oberschenkel, Oberschenkel. The Dram food's mittel ist weiter. Über 27 km. Da werden ab espezielle die Fäuste voll aus dem sie ein Torwärm mit dem Die Freude öffnen, weitere dieётen Er hat einen Backkick probiert, aber nicht getroffen. Maximilian hat sehr schön die Distanz geschlossen. Nach vorne marschiert. Schöne Treffer hier, schöne Kombination. Zwischen Beinangriffen und auch Knien und Fäusten zum Kopf. Hier von Maximilian macht er sehr, sehr schön. Der junge 20-Jährige, der hier, Charon Adolfi, die Luft aus den Segeln genommen hat in der zweiten Runde. Wir kommen zur nächsten Runde. Sofort mit dem runden Gong geht Maximilian nach vorne. Und bringt wiederum schöne Kombinationen. Immer wieder eingestreute Low-Kicks auch, wie wir ihn da sehen. Sehr groß, spektakulärer Spinning Kick. Hier Spinning Heel Kick angesetzt von Charon Adolfi. Aber durch die Distanz ist der verpufft. Bringt ihn wiederum ein. Der Karate-Background von Charon Adolfi hier nichts zu übersehen. Maximilian lässt sich nicht beeindrucken. Wir sehen die Rötungen hier auf dem Körper von Charon Adolfi. Wiederum schöne Knie von Maximilian. Macht er wirklich sehr, sehr schön. Und auch er durchaus gezeichnet. Das ist der rechten Seite des Körpers, wie ich es gerade sehe. Aus der Ecke raus. Knie. Und da. Die Führer. 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 Da. Die letzten 10 Sekunden der laufenden Runde wird eingeläutet. Und wiederum weiterhin beide Athleten mit vielen Anrufen von Beinen als auch Freusten. Schöner, gerader Kick zum Abschluss von Maximilian zum Kopf von Charmarife, der auch getroffen hat. Ein sehr, sehr schwer zu werten, das Match. Ich bin sehr gespannt, wie es hier ausgehen wird. Mein unoffizieller Punktrichter-Zettel sieht in diesem Match hier Maximilian Oberkauf vom Bodice Mildüren vorne. Aber die Experten des heutigen Abends, die Punktrichter, sitzen direkt am Ring und sind sehr gespannt, wie die es gewertet haben. In wenigen Augen dicken, das offizielle Urteil von Baktaj Seydig. Die Athleten kommen in die Mitte. Das Urteil ist gefallen. Wird im Moment hier verkündet. Und im Anschluss gehen wir in eine kurze Pause. Meine Damen und Herren, Ladies and Gentlemen, erstmal einen Riesenapplaus für diesen tollen Kampf. Es war stark von der ersten bis zur letzten Runde. Beide Kämpfer haben sich nichts geschenkt. Einer hat einen Cut, der andere hat eine Platzrunde. Das Ganze ist doch noch ganz gut ausgegangen. Einer der spannendsten Kämpfer. Deswegen noch ein spannender Urteil. Ladies and Gentlemen, wir haben einen Sieger! Mach mal deine Hand runter. Sieger kommt aus der Rotenicke! Maximilian Oberkauf! Herzlichen Glückwunsch! Maximilian Oberkauf mit dem Sieg hier. Das bedeutet den Düren. Siegreich gegen das Sieg in Leipzig. Hervorragende Leistung vom jungen 20-Jährigen, der hier durch seine Kombination den Sieg hat einfahren können. Wohlverdient. Und wir verabschieden uns für eine kurze Pause, meine Damen und Herren. Wir sind in Bäde wieder für Sie da. Mit weiteren spannenden Relationships. Ganz toll auf der Fight! Ladies and Gentlemen, an dieser Stelle machen wir eine ganz kleine Wertungspause. Ich rufe Sie gleich wieder zurück. Viel Vergnügen! Und ja, nutzen Sie die Pause aus. Schnell was trinken, essen. Bis gleich! Die Pause aus. Die Pause aus. Drei! Die Pause aus. Drei! Drei! Untertitelung des ZDF, 2020 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 Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Achtung unterlässt wie die Sparkasse E8. In genau einer Minute starten wir die Kämpferbereitung gerade vor. Bis das. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bitte begrüßen wir in die Rote Ecke aus dem Flamingo Jim Bremen, Usame Bastan. Applaus Willkommen zurück, liebe Fight24 Zuschauer. Ich begrüße Sie wieder hier live vor den Bildschirmen. Wir haben weitere spannende Kämpfe. Ein Kainz-Match angesetzt auf drei Runden, drei Minuten. Als nächstes Faisal Scherzal gegen Nabil Rabaybi. Das Fouji Jim Mönchengladbach in der blauen Ecke gegen Muay Thai Team Leipzig in der roten Ecke. Das Faisal Scherzal gegen Nabil Rabaybi. Das Faisal Scherzal gegen Nabil Rabaybi. Das Faisal Scherzal gegen Nabil Rabaybi. Das Faisal ist ein Kainz-Match. Das Faisal Scherzal gegen Nabil Rabaybi. 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 Musik Meine Damen und Herren, beide Kämpfer mein Kraftgewicht von 67 kg gekämpft wird nach Kimwon Roots. Drei Runden in drei Minuten. Viel Glück. Drei Runden in drei Minuten. Drei Runden in drei Minuten. Viel Glück. 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 Drei Runden in drei Minuten. 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 Kampfer zu bitte. Wir kommen zur ersten Runde. Runde eins. Sie haben aus Leipzig wiederum hier in der blauen Ecke gegen Nabil Rabaibi aus dem Pugin-Germinchen Gladbach. Nabil Rabaibi, der hier merklicher deutscher Meister von Iska gewesen ist und kurzem erst um die deutsche Meisterschaft gekämpft hat und gewonnen hat. Schöne Kombinationen ein, zeigt seine Klasse. Knie hier. Angebracht an die rote Ecke. Angebracht an die rote Ecke gegen Nabil Rabaibi. 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 Was für ein Niveau! 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 Und da rutscht das Auge für zusätzlich zu der größeren Reichweite! Was für ein Niveau! Wenn du in der Niveau! Das war jetzt mal kurz aufs Knie hin! Aber offensichtlich rausgerutscht kam eine Schlagwirkung. Beide Athleten gezeichnet im Gesicht! Und und hier habe ich mich mit einer Schlagsalve gestellt auf mir! in der Ecke. Beeindruckende Leistung für Ussing überstehen nochmal in der dritten und letzten Runde. Wieder im Aschmier mit dem Versuch des eingesprungenen linken Knies. Kurz der Mundschutz verloren. Er ist in der neutralen Ecke und nachdem Ussing wieder eingesetzt bekommt. Eine kurze Reinigung. Die letzten 40 Sekunden wieder eingeläutet. Schöne Treffer hier von Aschmier Barame. Der trainiert sich zu leicht auf den Kinsch anzulassen. Meiner Meinung nach. Ein bisschen mehr aus der Mittendistanz arbeiten soll. Aus der Nahdistanz. Aber vielleicht einen Kinsch übergehen, denn dann sind die Preußen natürlich gebunden. Und das linke Kling, das er hier gerne zum Körper anbindet, scheint hier ihm nicht so sehr zu erfolgreich zu haben, wie er es sich vielleicht erhofft. Und das ist ein sehr guter Auslager. Auslager wechseln nochmal. Auslager wechseln nochmal. Hier sehen wir, Ahmed Barami mit der gehobenen Hand bereits, David Schiller, der Coach an seiner Seite. Das hat uns klickt, der Zeitungsgruppe singen hier, durchaus siegessicher. Riesenapplaus für meine Kämpfer, das war sehr, sehr stark verkauft, das steht uns noch aus. Von beiden Seiten, bin auf die Entscheidung gespannt, dass wir denken. Riesenapplaus für meine Kämpfer, das war sehr, sehr stark. Beide Kämpfer zur Mitte. Wie gesagt, ich bin immer noch mega geflasht. Riesenapplaus für beide Kämpfer, absolut starker Fight, super hohes Niveau, sehr, sehr stark. Für mich haben beide gewonnen, aber wir haben einen Sieger. Der Sieger kommt aus der roten Ecke, Usami Basta. Usami Basta von Flamingo Gym in Bremen, der hier kurzfristig eingesprungen ist. Das hat sich gelohnt für ihn. Er geht siegreich hervor aus dem Match gegen Ashmi Barami. Vom Tapos Club Singen. Beide Athleten gezeichnet von diesem äußerst, äußerst spannenden Match. Knapp und auswirklich, meiner Meinung nach, war wohlverdient. Usami Basta mit dem Sieg. So, meine Damen und Herren, willkommen zum nächsten Fight. Bitte begrüßen wir uns zusammen in die rote Ecke. Also, meine Damen und Herren, Fajzer Scherzahn! Fajzer Scherzahn! Fajzer Scherzahn! Fajzer Scherzahn! Fajzer Scherzahn! Untertitelung. BR 2018 Nabi Rabaibay Meine Damen und Herren, beide Kämpfer haben ein Kampfgewicht von 470 Kilogramm. Dies ist ebenfalls ein Key-One-Fight. Beide Kämpfer kämpfen der Distanz von der Wahl. Die Reihe Runden, A3 in YouTube. Viel Vergnügen! Die nächsten Athleten stehen im Ring. Nabi Rabaibay vom Mönchendaktor in der blauen Ecke. Ihnen gegenüber Spicer Cezal vom Siamschen Leipzig. Die Reihe Runden, A3 in YouTube. Ein K1-Kampf, angesetzt auf dreimal drei Minuten. Nabil Rabaldi aus der blauen Ecke hier. Bekannt für seine exklusive Rechte, seine Schlaghand als orthodoxe Aussage. Der in einem halben Kopf größer ist als Hazard Scherzal, sehen wir jetzt bei der Überstellung. Kreide eingebogen mit 74 Kilo. Tredo Trulles, wir kommen zur ersten Runde. Runde Nummer 1. Richtiges Abgrüßen vor Beginn der ersten Runde und Rabaldi eröffnet mit einem Switchstep und einen Kick zum Körper, wiederholt das mit einem Kick zum Bein in den Low Kick und ein schöner Typ hier von Hazard Scherzal. Die Kombination sogleich von Rabaldi. Exklusive Forster hier von beiden Seiten. Und da wird jetzt der Strand geraubt nach einem explosiven Low Kick von Hazard Scherzal. Und da wird ein Clinch angesetzt, doch Hazard bringt seinen Gegner hier zu Boden, eine lichterlaubte Technik. Die Schlagkombination auf die Deckung. Da würde man sich wünschen, dass mehr zum Körper gegangen wird. Schöne Kombination, abgeschlossen mit dem Low Kick von Nabe. Beide Athleten hier sehr routiniert. Schöne Kombination, der Low Kick und dann noch Low Kick zum Körper hier von Faisal. Sehr sehr technisch, hohe Ausbildung. Beide Athleten hier, B-Klasse Athleten. Und dann sieht man die Routine auch an sich. Ja, 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 ja. Und dann sieht man, nachdem Nabe hier den rechten Low Kick abgefeuert hat, nachdem wir unser Standbein wegziehen können und damit zu Boden bringen können. Die Kombination hier wiederum von Nabe hier Kopf und Körper. Oh, das eingesprungte Zopf zum Kopf. Und das hat gesessen. Das hat gesessen. Da wackelt er kurz. Muss sich wieder orten. Lässt sich nichts anmerken. Zeigt seine Routine. Eine Erfahrung aus vielen, vielen MMA-Matches. Sowohl als auch Matches im Stand. Und ist auch immer noch gefährlich. Scheint sich da erholt zu haben. Wiederum fängt er das Bein und bringt seinen Gegner zum Boden. Der aber hier auf sehr, sehr künstlerische Art und Weise sehr, sehr athletisch wieder auf die Beine kommt. Und denиходiten sind, dass wir das sein, auch nicht. Das ist natürlich auch gut. Das war die absolute starke Runde. Und das war die ganze Runde. Und das war die άgespräche. Und das war die auch immer wieder in die K 나타�ank São Rio. Und das war die ganze Zeit. Und da war die andere Seite. Und das war die erste Bedeutung. Und das war die Samo, die Da sehen wir in der Ecke von Taisa Scherzal den Coach Mike, der hier auch mal die Lippe versorgt hat seines Schützlings vermutlich von einem eingesprungenen Knie ist offen zu sein, aber Kampfbereit stehen beide Athleten wieder in der Mitte und sie, genauso sind wie wir können die zweite Runde abwarten die so eben eingeleitet wird wieder in der Versuch des eingesprungenen Knie für Naby doch dieses Mal hat Taisa Scherzal die Deckung am rechten Ort weder einen Ex-Kick an dieser Stelle der aber auch ins Leere geht diese Kickkombination vom rechten hinteren Low-Kick gefolgt von einem linken Midden- oder High-Kick von Naby, äh von Faisal Entschuldigung scheint hier eine gute Technik zu sein die er schon wiederholt eingebracht hat wiederholt auch erfolgreich gewesen ist stellt sein Gegner da sehr schön in den Seilen der Kontakt wieder und dreht sich raus schöne Kontraktion wiederum eingesprungene Knie sehr sehr athletischer junger Mann Naby Habaidi der sich dadurch die gutersten Brot nehmen lassen möchte und weiterhin gefährlich ist weiterhin arbeitet sowohl mit den Händen als auch mit den Beinen immer wieder die Initiative sucht der High-Kick sitzt Faisal trifft hier seinen Gegner schön zum Kopf zeigt das in den größten Unterschied nicht beeindruckt eine Minute noch in dieser zweiten Runde mit einem schönen High-Kick von Faisal war noch nicht getroffen die Röchte noch mal zugebracht Mabin verschanzt sich hinter der Doppeldeckung immer wieder kommen Schläge auch durch wie wir da sehen durch die Doppeldeckung durch die Mitte sehr sehr schöne Aktionen hier von Faisal Scherzal der mir sehr sehr gut gefällt in diesem Match schönen Kontakt schöne Kicks einbringt auch sehr unterschiedliche Kicks gerne das Bein fängt die wir schon mehrfach gesehen haben hier von Naby Habaidi um den Nachgang zu Bogen zu bringen sehr sehr schönes Match zwischen Faisal Scherzal vom Muay Thai Team Leipzig dem Siam Gym und Naby Habaidi und Putin Team aus Mönchengladbach von Faisal Scherzal von Faisal Scherzal an Kicks da Kicks und mit . Kicks he Auf geht's zur finalen Runde. Round 3. Ein äußerst spannender Match hier zwischen dem durchaus athletischen Mabil Rabaibi und dem Faisal Scherzal ihm gegenüber aus der roten Ecke, der hier seinen Background im Karate auch immer wieder einbringt mit verschiedenen Kicks, X-Kicks haben wir gesehen, Spinning-Kicks und der High-Kick hier trotz des großen Unterschieds, der auch immer wieder sein Ziel findet. Spinning-Back-Kick hier wiederum, wie gesagt, die verschiedenen Techniken, die man auch aus dem Karate kennt, und der sehr schöne Nachbarung auf die Hände mit der Links-Rechts-Kombination, beide hier treffen hier, scheint er das wieder rumzuweißen, Spinning-Heel-Kick von Nabil, der allerdings ins Leere geht. Spinning-Heel-Kick von Nabil immer wieder mit dem Ausslagenwechsel. Faisal lässt sich da nicht beeindrucken, arbeitet schön. Das ist hier wiederum das eingesprochene Knie, kann Nabil ins Leere gehen. Faisal diesmal wird hier fast zu Boden gebracht, nachdem sein Bein gefangen worden ist. Aber eben nur fast. Und er marschiert weiter nach vorne, bringt die Treffer ein. Die Hälfte der dritten und letzten Rundes ist in diesem Augenblick vorbei. Beide Athleten hier. Atmen mit weit offenem Mund. Und der Regel zu vermeiden sucht in diesem Sport. Die Anstrengungen sind durchaus anzusehender in diesem sehr, sehr spannenden Match in der B-Klasse nach K1-Regeln. Die schönen und klareren Treffer hier von Faisal. Das Morte-Team Leipzig mit der vermutlich weitesten Anreise heute Abend. Er kam nicht her, um zu verlieren. Nabil Rabaiwi lässt sich nicht so schnell geschlagen geben. Die letzten 15 Sekunden. Und nun muss er es zeigen. Nun muss er den Willen beweisen. Wiederum das eingesprungene Knie. Wiederum nicht getroffen. Aber ein Knie aus dem Clinch. Und da wird es vermutlich kein vorzeitiges Ende mehr geben. Das Match ist vorbei. Die Schauer applaudieren beiden Athleten zu diesem äußerst, äußerst spannenden Match. Und wir sehen hier den Trainer Mike Leppi von White High Team Leipzig in der Ecke. Darf durchaus zufrieden sein mit seinem Athleten Faisal Schersal. Nach den wenigen Augenblicken Said Bagdash mit dem offiziellen Urteil. Nach den wenigen Jahren war das kein Klasse-Fight. Absolut stark. Beide Kämpfer mega stark. Mega stark. Leider kann es nur einen Sieger geben. Dieser Sieger kommt diesmal aus der roten Ecke. Faisal Schersal. Der Sieg in die rote Ecke. Das Muay Thai Team Leipzig nimmt ihn mit nach Hause. Den Pokal des heutigen Abends von der Knockout Fight Night. Er hat einen Sieg in der Klasse bis 74 Kilo K1 B-Klasse gegen Nabil Rabaiwi vom Bodidim Mönchengladbach. Wohlverdient. Beide Athleten mit sehr sehr hoher Qualität. In der Ausbildung wunderbare Techniken, wunderbarer Willen, ein Kämpferherz. Beide hätten es verdient. Nur einer kann es bekommen und wir freuen uns sehr für das Muay Thai Team Leipzig. Und wir kommen zum nächsten Fight. Meine Damen und Herren, in die rote Ecke aus dem Muay Thai-Zentrum Düsseldorf. Reza Rahmi! Das nächste Match wiederum K1 in der B-Klasse. Dreimal drei Minuten aus Düsseldorf. Reza Rumble in the Ring. Rami vom Muay Thai-Zentrum. Eingewogen mit 65 Kilo. Reza Rahmi! Ma seehen wir auch beim Tanul Adj gewesen, Okan Xeligdal, ebenfalls mit 65 Kilo aus dem Powerhouse Box Gym. Heim Leipzigen, nicht genau. Die haben mit dem Powerhouse Box Gym. Okan Xeligdal. Oh, nein. 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 Bei der Kämpfermann Cup Gewicht von 65 kg. K1 Rules, wieder an der Distanz von über 3 Runden, 3 Minuten. Viel Vergnügen. Okay. Er steht in der Steini, و stadig mehr auf dem venues condensieren und professionals量 im Backstate. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. 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 Ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. An die Schläfe von Reza. Der sich nichts anmerken lässt, der marschiert und schlägt. Der sehr schön weggeht, sehr schön raustänzelt. Die Zähne zusammenbeißt für die letzten 10 Sekunden. Und hier Okan noch mal zum Wackeln bringt. Was für ein Feind! Rotter! Und wir werden eine dritte Runde erleben dieses äußerst ausgeglichenen, spannenden Matches. Leichte Vorteile für Reza Rami auf meinem inoffiziellen Punktrichterzettel. Aber Okan Ciligal zeigt hier, dass er immer noch gefährlich ist. Und man so schnell nicht aus dem Rennen nehmen darf. Und wir werden eine dritte Runde auf dem Rennen nehmen. Seconds out. Auf geht's. Finale Runde. Round number two. Seconds out. Teil Nummer 3. Teil Nummer 3. Teil Nummer 4. Teil Nummer 4. Teil Nummer 3. Schöne Linke hier. Schöne Rechte hinterher von Reza. Beide betroffen. Schöne Linke hier weiter mit seinen gefährlichsten Waffen, dem Schritt und dann die Links-Rechts-Kombination, wie wir sie da sehen. Er ist allerdings ins Leere gegangen. Sehr, sehr viel Kraft bringt er da rein, sehr viel Körpergewicht. Er ist sehr explosiv. Reza derart leicht süßig unterwegs, dass er da größeren Schaden verhindern kann. Und dann seine Antwort ist nicht zu unterschätzen. Reza mit der 1-2 Kombination links-rechts. Wiederum Okan. Und der Konter von Reza, der beiden Händen ausweicht, zu leichtfüßig ist hier für Okan. Und immer wieder schöne Treffer ans Ziel. Und mit Druck nach vorne. Sein Gegner stellt in der Ring-Ecke. Und jetzt arbeitet. Einen Knie zum Kopf, setzt. Ist der Kraftball gegeben anscheinend. Okan dreht sich hier schon weg. Eine Minute 20 noch zu arbeiten. Okan hat das Decken sehr, sehr tief atmet. Er wird schwer. Scheint hier anzuschauen. Und der Niederschlag. Reza Rami fängt hier das Bein von Okan. Bringt ihn dann mit einer rechten zu Boden. Stellt ihn wiederum an den Seil, nachdem er wieder aufsteht. Und Okan hier dreht sich weg. Scheint kraftlos. Wird da zu Recht angezählt. Reza Rami lässt sich feiern. Okan muss hier den Willen zeigen. Sich zusammenreißen. 45 Sekunden noch auf der Uhr. Wiederum verschanft er sich hinter der Doppeldeckung und dreht sich weg. Das darf er sich jetzt kein drittes Mal erlauben. 30 Sekunden hat er noch auf der Uhr, die er durchhalten muss. Zeigt er noch Willen? Hat er noch Kraft und genug Ausdauer, um sich hier über die Zeit zu retten. Reza gibt ihm hier die Zeit. Bringt für einzelne Aktionen. Wiederum Okan zwischen den Seilen weggedreht von seinem Gegner. Doch da hat er sich über die Zeit gerettet. Mega-Fights. Absolut stark. Sehr, sehr spannendes Match mit harten Aktionen von beiden Seiten mir sehr, sehr gut gefallen. Wenn auch Okan zum Schluss etwas die Kräfte verlassen haben oder aber auch die Luft nicht ausgereicht hat, eins von beiden. Sehr, sehr viele, die Kraft an dem Mangel zu haben. Beide Kämpfer zur Mitte, wir haben einen Sieger. Meine Damen und Herren, an dieser Stelle nochmal bitte einen riesigen Applaus an beide Kämpfer. Lange nicht mehr so starken Feind gesehen. Wir haben einen Gewinner, meine Damen und Herren, meine Damen und Herren. Der Sieger kommt aus der grünen Ecke, Reza Raimi. Herzlichen Glückwunsch. Reza Rumble in the Ring, Raimi nimmt hier den Sieg nach Hause. Den zehnten Sieg, Entschuldigung, den siebten Sieg im zehnten Kampf. So rum ist es wichtig. Das Neuteilzentrum Düsseldorf erfolgreich. Wir gehen auf Cannes, Schillingdaten, vom Powerhouse. Im nächsten Match bringen wir die Schwergewichte. K1 in der B-Klasse. Lukas Achterberg, ungeschlagen, tritt an gegen Ahmed Shah Gajikani. 100 Kilo bringen beide auf die Waage. Der nächste Fight hätte nicht mehr auf die Waage bringen dürfen. Beide wogen ein mit 96,8 Kilo. Guter Fight. Wir haben hier zwei Schwergewichtskampf des Abends. Da werden die Fäuste krachen. Ladies and gentlemen, please welcome with me in the red corner. Vorzeitig sind wir bei beiden. Ahmed Shah Gajikani. Ahmed Shah Gajikani vom Kickbox-Tempel Ingolstadt läuft hier ein. Die rote Ecke. Angegeben mit 96,8 und 24 Jahren. Ahmed Shah Gajikani. Herzlichen Glück. Ahmed Shah Gajikani hat acht Matches in Deutschland gemacht. mit denen er sechs gewonnen hat. Gibt selber an, noch einige Matches mehr auf der Uhr zu haben. Ladies and gentlemen, coming to Afghanistan in the blue corner. Und dem umgegenden Ausland in Deutschland. Lukas Achterberg. Achterberg. Von Team Sparta Aachen. Ungeschlagen in elf Matches. Wer auch lieber Muay Thai kämpfen würde. Allerdings, da das Angebot in Deutschland nach frühen Muay Thai Pro Rules doch recht gering ist. Sich immer wieder auf kein Matches einlässt. Ich will jetzt hier eingraufen. In seinem Team Sparta Aachen. Das ist ein Coach Kassim, der hier begleitet. Kassim, mein luchtigierter Ringer. Lukas, die Maschine Achterberg. Herzlichen Glück. Ich möchte Ihnen einige Angaben zutrehen. Kämpfer machen. Beide Kämpfer haben ein Kampfgewicht von 100 Kilogramm. Kämpfen nach dem K1-Ringelwerk. Drei Runden A, drei Minuten. Zu meiner rechten Seite, Ahmad Shah Gaskani kommt aus dem Kickbox-Tempel Ingo Stad. Sein Trainer ist es Kniffe Roman. Sein Kampfbilanz. Acht Kämpfe. Sechste Fall genommen. Nur zwei Niederlagen. Er ist internationaler deutscher Meister. Der ISKA. Herzlich Willkommen zu meiner linken Ecke, in der blauen Ecke, aus dem Sparta Jimenaachen. Er wird dort betreut von Bartel Buntenbruch und Kassim Kuh. Mein Name und ich sage, Lukas hat elf Kämpfe, elf Siege und acht K.O. Siege. K.O. Siege. Meine Damen und Herren, Sie haben es gehört. Der einzige Schwergewichtskampf des Abends. Mit hochdifugierten Athleten in beiden Ecken. Bis 100 Kilo. Ein K1-Match. Der B-Klasse. Beide Athleten, die sind sehr groß gewachsen. Und Ahmet sofort mit der Links-Rechts Kombination. Sobald das Match freigegeben ist, aber Lukas hier sehr, sehr routiniert, sehr, sehr schön. Und dreht sich um, stellt den Gegner in der Ringecke. Raubt ihm den Stand mit einem Sweep, nachdem er den Kick gefangen hat. Schöner High-Kick an den Kopf. Gesetzt von Lukas. Der junge Sportstudent aus Aachen. Wiederum ein High-Kick. Und da wackelt Ahmet Chakarikani schon. Reagiert allerdings sehr routiniert. Lukas rollt nach hinten ab, steht sofort wieder. Wiederum den rechten Kick gefangen hat Lukas. Sehr, sehr schöne Hände hier von Lukas Achterberg. Der etwas technischer zu arbeiten scheint, als sein Gegenüber immer wieder schöne Hände ins Ziel bringt. Dies dann auch gerne abschließt mit dem Kick. Ahmet, der hier mehr ins Leere schlägt. Schöne Meitarbeit von Lukas Achterberg. Das Spinning Kick, das Spinning Backfist von Ahmet Chakarikani hat hier getroffen. Lukas bearbeitet den Körper, was er sehr, sehr gut macht. Absolut durchtrainierter Top-Athlet, Lukas Achterberg. 23 Jahre jung. Durchaus sehr, sehr routiniert. Wiederum schöne Linke zum Körper hier. Geht auch auf die Leber. Im Gegensatz zu vielen anderen Matches im Vorfeld heute Abend. Heutigabends. Ist er da sehr variabel in der Anzahl seiner Angriffe. In der Vielfalt seiner Angriffe. Und Ahmet hier hält durchaus mit, hält durchaus dagegen. Lässt sich nicht beeindrucken von den durchaus harten Angriffen des Lukas Achterberg. Schöne Aktion, abgeschlossen mit dem rechten Bein zum Körper. Die beiden Hände im Nachgang von Ahmet. Mega erste Runde! Aber wir können ihn fast hören, wie viel Druck da hinter steckt, wenn Lukas Achterberg hier Hände und Beine abfeuert. Die beiden Hände sind nicht mehr. Die beiden Hände sind nicht mehr. Seconds out, Trainer mit rausbringen. Kämpfer zur Mitte, auf geht's zur nächsten und zweiten Runde. Seconds out. Ring frei, Runde Nummer zwei. Es geht in die zweite Runde, wiederum der erste Angriff von Ahmed, der hier initiiert. Eine schöne Kombination auch anbringt, diese Treffen kann. Lukas Achtebeck sucht den Clinch, verhindert damit Schlimmeres. Das ist sofort wieder in der Vorwärtsbewegung. Er hat kurz mit einem Pushkick gestoppt. Er lässt sich nicht beeindrucken, wiederum der schöne Löberhaken von Lukas. Und jetzt fällt sie hier in seine Schläge hinein. Stolpert fast nach vorne währenddessen. Wie gesagt, der technisch ausgefeiltere Athlet. Und hier ist es aus der blauen Ecke, aber Ahmed immer wieder mit schönen Angriffen. Die, denen es vielleicht etwas an Technik mangelt, aber die durchaus die nötige Kraft mit sich bringen, um das Match hier vorzeitig beenden zu können. Die letzten 60 Sekunden dieser zweiten Runde brechen soeben an. Und dann sehr, sehr viele harte Aktionen von beiden Seiten, damit viel, viel Schwung ausgeführt werden, sehr exklusiv ausgeführt werden. Da könnte es durchaus mal ein bisschen mehr herangetastet werden, ein paar Jabs geworfen werden. Da muss man auch nicht immer jeden Schlag oder jeden Kick mit 100 Prozent ausführen. Ein bisschen spielen, ein bisschen Sachen vorbereiten. Das ist durchaus eine Technik, die, oder eine Taktik, die sich ja bewährt hat im Kampfsport. Aber davon wollen die beiden heute Abend hier nichts wissen. Alles oder nichts heißt es hier. Oder sie stehen sich gegenüber und meiden oder sie werfen alles in den nächsten Anderen. Das ist ja auch ein bisschen. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Nein, Lukas Achterberg hier, der durchaus technikaffinere Mann. Vielen Dank. Mit den harten Händen, mit den harten Kicks, die auch durch die sauberere Technik natürlich auch an Kraft gewinnen. Schöne gerade zum Körper zweimal hintereinander hier, die Lukas Achterberg da ins Ziel bringt. Vielen Dank. 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 Vielen Dank an unsere Sponsoren. Ohne die Sponsoren. Ohne die wäre so ein tolles Event natürlich nicht zustande zu bekommen. Ein riesen Applaus an Tyros Technology. Surfex. Die Firma Automobile Eddie Seiler. Sportartikelhersteller Showtime aus Osburg und die Sparkasse Aachen. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Du kommst gerne zu mir. Ganz kurz bitte unser Hauptkaprichter Der Liebling möchte gerne was loswerden. Ich überreiche das Mikro. Wunderschönen guten Abend alle zusammen. Ich möchte ganz kurz ein paar Worte sagen. Eigentlich ist es nicht unser Ding zu sprechen, sondern wir sind für andere Aufgaben hier. Jedoch ist es so, wir sind seit Anfang an hier, beziehungsweise das ist jetzt die dritte Veranstaltung in dieser Halle. Und ich muss sagen, heute, das toppt eigentlich alles. Erstmal vielen Dank an das tolle Publikum, auch Dank an die Kämpfer. Vielen, vielen Dank. Ich denke, wir haben jetzt noch vier tolle Kämpfe vor uns. Das ist das Erste, was ich sagen möchte. Das Zweite ist, ich möchte mich ganz herzlich bei Frederik Jungheim bedanken, bei dem Veranstalter hier, der trotz einiger Widerungen dann halt zu uns gestanden hat, zu unserem Team gestanden hat. Es haben halt einige Leute versucht, so ein bisschen da einen Kalt zwischen uns zu treiben. Vielen, vielen Dank für die Loyalität. Ich denke, das ist heute nicht mehr so üblich. Leider. Des Weiteren bedanke ich mich jetzt hier auch nochmal bei meinem Team, die halt auch immer so hinter mir stehen. Juri Lebsack aus Rheine, Jessica Rudi aus Aachen, Nicole Thielke, die heute dazugekommen ist, danke. Henrik Lehner aus Speyer und Silke Zunk hier auch und natürlich Roman Pelzer, die teilweise drei, vier Stunden Fahrt in Kauf nehmen, um dann um zwölf Uhr hier zu sein, die Waage zu machen und so weiter und dann teilweise hier um 23 Uhr dann nochmal vier, fünf Stunden nach Hause fahren. Ich denke, das sollte jeder nachher auch mal berücksichtigen, wenn es eventuell mal ein Fehlhotel geben sollte oder so. Also die Jungs sind alle hier schon zehn, zwölf Stunden dabei. Vielen Dank an euch. Dankeschön. Das war es jetzt von meiner Seite. Wir sehen noch, ich denke, vier, fünf tolle Kämpfe. Ich wünsche Ihnen auch weiterhin viel Spaß und einen tollen Abend und danke, dass Sie hier waren. Vielen lieben Dank auch an dich. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. War das kein Applaus wert? Willkommen jetzt zum letzten Part unserer Feuze. Willkommen jetzt zum letzten Part unserer Feuze. Wie sieht's aus? Freut mich auf den letzten Part. DJ? Sorry, kannst du bitte lauter machen? Danke sehr. So. Ladies and gentlemen. 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 We'll be right back. We'll be right back. We'll be right back. We'll be right back. Whoa. Heute ist's. Oh, we got金aurais. Let's go. Oh. 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 ZAPPER MOSSES 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 In der Blue Corner, Essend Molle! Meine Damen und Herren, dies ist ein ganz, ganz besonderer Kampf für mich. Das ist der erste, auch einzige MMA-Kampf, also Mixed Martial Arts. Und beide Kämpfer haben ein Kampfgewicht von 74 Kilogramm und kämpfen über eine Distanz von drei Runden, aber fünf Minuten. Also, das wird eine lange Geschichte. Mal schauen, vielleicht noch kürzer. Bei MMA weiß man ja, dass es auch vielleicht ein bisschen schneller vorbei sein könnte. Meine Damen und Herren, es ist mir eine Riesen-Ehre, in der Roten Ecke jemanden ganz Besonderes vorzustellen. Er ist die MMA-Legende Schlechtin. Ich hoffe, du wirst jetzt nicht sauer. Wir haben heute einen Superstar, Dennis Sieber. Der hat auch jugendisch gekämpft. Sein letzter Kampf hat er mit dem Fighter Koffer McGregor gemacht. War das richtig? Vorletzten Kampf. Vorletzten Kampf. Es ist eine Ehre, wie du hier bist. Schön, dass du hier bist. Kommt jetzt zu deinem Kämpfer. In der Roten Ecke. Mein Name, was ihr? Sein Name ist Safar Moser. Er kommt nach dem Kibu-Jug-Fabrik Mannheim. Sein Kampf gekauft. Fünf Sieger. Davon nur zwei Niederlagen und ein Sieg durch K.O. Er ist Integra FC Champion 2018. Safar Moser. Meine Damen und Herren, in der blauen Ecke. Er wird betreut heute von Frederik Jungheim aus dem Teil Kienachen. Sein Rielanz. Ein Kampf, ein Sieg, ein Niederlage. Meine Damen und Herren. Es ist ein Mollai. Ich bitte bei diesem Kampf um etwas Ruhe, auch wenn der Kampf auch ist. Damit wir den Dock nicht dekonzentrieren. Hier kann es schon ein bisschen heftiger werden oder zugehen. Also bitte da Ruhe, Plätze beibehalten und viel Vergnügen bei diesem Kampf. Dankeschön. Liebe Kampfsportfreunde, ich begrüße Sie zurück auf Fight24 live von der Knockout Fight Night hier im schönen Niederlande. Und wir sehen zunächst das erste und einzige Mixed Martial Arts Match des Abends. Safar Moser vom Geburtu Fight Fabrik Mannheim gegen Isan Mollai vom Teil Kienachen in der blauen Ecke. Kampfgewicht ist 74 Kilo oder weniger. Mixed Martial Arts, eine Kampfsportart, die sich immer mehr verbreitet. Deutschland weit sowohl als auch international. Gekämpft wird im Stand und auch am Boden. Deswegen die kleinen Handküren, auch Griffe und Hegel sind hier erlaubt. Die beiden Athleten stehen in der Mitte, werden von den drei eingeschworen. Also für alle die, die jetzt zum ersten Mal diesen A-Maker sind, sind leichte Größenvorteile von Isan Mollai. In der blauen Ecke gegenüber Safar Moser aus Mannheim. Bei ihm in der Ring-Ecke eine Legende des deutschen MMA-Sports. Dennis Siever, der in einer der größten Ligen der Welt. Wir haben bereits gegen den großen Namen gekämpft, so wie er es auch gewonnen hat. Aber nun geht es um meinen Schüler hier, Safar Moser. Wir werden sehen, wie er sich heute schlagen kann. Low-Kicks werden ausgetauscht. Die haben wir auch am Programm vorher schon des heutigen Abends gesehen. Techniken aus dem Tileboxen. Kicks und Schläge, Knie und Ellbogen sind hier erlaubt. Des Weiteren alles in der Nahdistanz, was das sogenannte Grappling anbelangt. Ringen, Judo, Jujutsu, Jujutsu. Würfe, die zum Boden erlaubt sind. Und dann geht das Match am Boden weiter. Ringen, Judo, Brasilien-Jujutsu, Luta-Livre. Alles ist erlaubt an Techniken, die auch in diesen Sportarten erlaubt sind. Sportliche Geste nach einem Zuschlag. Und wir sehen hier, der Bepi ist sehr, sehr aufrecht. Schöner High-Kick und die Rechte hinterher. Da hebt er seinen Gegner aus, sofern es ihm gelingt. Und dann doch ein Outside-Trip, eine Außensichel, so genannt. Hier hat er eine stabile Top-Position. Er hat hier einen Geschmächt. Er hat versucht, den Arm zu isolieren. Das ihm nicht so recht gelingt. Und hier ist ein Esan, der hier versucht, den Gegner wieder zwischen seine Beine zu bringen. Und der Arm-Bach-Versuch hier. Und der ist tief. Doch da verliert er ihn. Schön rausgedreht. Dennoch gefährlich. Da ist er nicht mehr gefährlich. Schön rausgedreht. Aus diesem Armhebel. Arm-Streckhebel-Angriff. Und die Top-Position sich erarbeitet. Kann er sie halten. Geht jetzt zur Cradle. Gibt hier die Top-Position auf, um den Angriff der Guillotine durchzuführen. Der hat halt sehr gut in diesem Augenblick den Kopf loszulassen, denn aus der jetzigen Position wird er diesen Genickhebel nicht mehr anbringen können. Und zurück in die Top-Position hier, Safalmose. Hier leichte Schläge anbringen kann. Die sogenannte Nord-Süd-Position hier eingenommen hat. Ishan Moulai rollt sich hier auf. Verhindert damit Schlimmeres an Schlägen und Angriffen. Probiert seinerseits den Arm-Streckhebel doch. Safalmose hat den Braten da gerochen. Konnte sich hinausdrehen. Geht hier in die Mount. Setzt sich Trainer, setzt sich auf den Gegner. Der macht die U-Pilot und der Rücken wird eingenommen. Eine Minute 45 noch auf der Uhr. Mächtig viel Zeit in dieser ersten Runde dieses einzigen MMA-Matches des Abends. Ellbogen werden angebracht. Sie sitzen. Und da gibt er wieder seinen Rücken auf. So verlässt hier weiter Schläge regnen. Macht das sehr, sehr gut. Hält sehr gut die Top-Position. Lässt sich da nicht abschütteln. Ganz egal, in welche Richtung der unterliegene Ejan Moulay hier sich dreht. Gelingt es ihm doch, da gelingt es ihm sich rauszudrehen. Wieder der Angriff auf den Arm. Und da sitzt er eng. Das ist eng. Das könnte es gewesen sein, meine Damen und Herren. Da fehlt nicht mehr viel. Fährte gut den Arm auf die andere Seite seines Körpers zu bringen, um dieses Submission tatsächlich zum Ende zu bringen. Und da ist er wieder auf den Knien sehr, sehr schön durchgehalten vom unterliegenden Esam, der hier die Submission hat verteidigen können. Da lässt sich Esan fast von alleine auf den Rücken fallen. Die erste Runde dieses drei Runden in den A5-Minuten-Matches sind schon jetzt vorbei. Bengi Spahn, wie lange der Kampf geht. Respekt. Sekunds-Out-Strain im Tröselring. Kämpfer zu Mitte. Auf geht's. Ring frei. Runde Nummer zwei. Boah, ja. Es geht in die zweite Runde dieses MMA-Matches. Und wir werden sehen, inwiefern es hier Zafal gelingt, Esam wieder auf den Boden zu bringen und die Top-Position einzunehmen. Schöner High-Kick hier allerdings auf die Deckung von ihm sogleich. Schöne Ellbogenschläge hier von Esan. Und da taucht Zafal ab. Mit der ringerischen Technik bringt er einen guten Runde Boden. Sehr, sehr schön steigt sofort spielerisch in die Mount. Esan hier etwas hilflos, greift noch um den Gegner rum. Rettet sich hier zunächst mal in die Half-Guard zurück. Gibt sich hier dem zufrieden, den Kopf des Gegners zu klammern. Und Schlimmeres zu verhindern. Gelingt hier eine Upa und der Sweep. Sehr, sehr schöne Aktion. Unerwartet für mich. Nimmt die Top-Position ein. Da sind sie sehr, sehr nah an den Ringseilen. Und Zafal steigt hier drauf. Und bringt den Gegner wiederum zu Boden. Esan wieder zu lange an der Guillotine festgehalten. Zafal, der hier offenbar die Neon-Belly-Position bevorzugt. Statt komplett in die Mount zu gehen. Das hat ihm in der ersten Runde nicht so gut zum weiteren Erfolgen verholfen. Scheint hier eine sehr, sehr starke Base zu haben. Eine sehr gute Kontrolle aus der Top-Position, die Eason hier nicht zu brechen weiß. Ein paar kurze Ellbogen eingebracht von Jaffa. Da gelingt es ihm durchaus wieder. Aber das ist auch nichts, was ein vorzeitiges Kampfende hier zum Vorschein bringen könnte. Das sind leichte Kniestöße, leichte Ellbogenstöße. Zeigt die Dominanz und zeigt die Kontrolle. Denn Eason Molay hier vom Taikin Aachen gelingt es nicht, diese Kontrolle zu brechen. Aber ein vorzeitiges Kampfende, wie gesagt, wird hier durch solche Aktionen nichts hervorgerufen. Frage ist, ob Jaffa hier vielleicht nochmal einen Hebel ansetzen kann, der dann eher von Erfolg gekrönt ist. Ich bin hier wieder auf dem Rücken. Ich hoffe auch hier, der nicht mehr vollkommen in die Mount übersteigt, sondern nie on belly bleibt. Das heißt, mit dem Unterschenkel auf dem Unterleib seines Gegners bleibt und den linken Fuß hier nicht komplett mit rübernimmt, sodass er auch auf der rechten Seite seines Gegners wäre. Ich bin hierher vom Taikin Aachen. Ich bin hierher vom Taikin Aachen. Ich arbeite nicht kontinuierlich daran, die Situation zu verbessern, und bevorzustehen, was für ein Herz, was für ein Willen. Und die Schläge von Jaffa. Leute, wir reden hier von fünf Minuten, eine Runde. Um hier eine gezwungene Nation hervorzurufen. Wir beenden hier von fünf Minuten, eine Runde. Auf geht's. Finale Runde. So liebe Zuschauer, an dieser Stelle bitte ein Riesenapplaus an die beiden Fighter. Mega Respekt. Ringfrei, Runde Nummer 3. In die dritte Runde sind wir sehr gespannt. Wird es Eshan Moulai gelingen hier, länger im Stand zu bleiben, um der Bodenkontrolle von Javrahir zu entfliehen. Es scheint nicht so 10 Sekunden nach Beginn der ersten Runde, wie wir da, wo wir in der zweiten Runde aufgehört haben. Safra hier wieder mit der Topkontrolle, mit der Position aus der Oberlage. Während Eshan hier nicht wirklich daran arbeitet, aufstehen zu wollen, nicht wirklich daran arbeitet, einen Hebel oder einen Griff anzusetzen, gibt sich damit zufrieden, auf dem Rücken zu bleiben und nicht vorzeitig besiegt zu werden, offenbar. Und selbst da, nachdem der Gegner ihn fordert, aufzustehen, sowohl als auch der Ringrichter, lässt er sich die Zeit und bleibt noch weiter liegen. Wiederum der Takedown von Safar Mohsen, hier erfolgreich ausgeführt, Double Leg. Direkt in die Side-Control, Eshan Moulai weiterhin hier klammert um den Kopf, was man in dieser Position tatsächlich nicht machen sollte, aber das scheint der Mangel an Erfahrung zu sein hier, der sich hier rächt. Safar Mohsen hier der weitaus erfahrenere Kämpfer, mit fünf Siegern in sieben Matches. Eshan Moulai, aus der blauen Ecke, mit viel, viel weniger, nämlich einem einzigen Match an Erfahrung bisher. Eshan Moulai, aus der blauen Ecke, mit viel, viel weniger, nämlich einem einzigen Match an Erfahrung bisher. Safar Mohsen hier mit dem Kruzifix-Versuch isoliert den linken Arm, geht auf Amerikaner. Das könnte gut klappen, wenn der Gegner doch flach am Boden läge. Für diese Technik sollte Safar den Arm wieder freigeben, den er da isoliert hat zuvor. Und dafür sorgen, dass der Gegner ganz flach auf dem Rücken liegt. Das hat er hier erkannt und gibt den Armhebel auf. Hat immer noch zwei Arme gegen einen auf der linken Seite und da fliegt das Handtuch. Sehr, sehr ungewöhnlich. Und der Kampf ist beendet. Da fliegt das Handtuch aus der blauen Ecke. Das Team von Taikin Aachen hat hier entschieden, dass der eigene Athlet genug hatte, um ihn zu schützen. Werfen sie das Handtuch und bringen damit den Ringrichter dazu, das Match abzublasen. Eine Gewohnheit, die man immer noch sieht im MMA, ist nach den offiziellen MMA-Rigen nicht mehr möglich. Absolut starke Leistung. Den Überbleibsel aus dem Standkampf vom Boxen, vom K1, das Handtuch zu werfen, gibt es im MMA in der Form nicht. Das Match kann nur durch den Ringrichter abgebrochen werden. Badekämpfer zu Mitte. Und der bricht es aber auf den Wunsch des Athleten oder auf die Aufforderung des Arztes, hier das offizielle Urteil. Auch bitte ein Liederscherler. Riesenapplaus an Ehsan. Gute, starke Leistung. Wir haben einen Sieger. Sieger durch die Aufgabe. Aus der blauen Ecke. Sorry. Rote Ecke, mein Fehler. Jafar Mose. Jafar Mose hier, der Sieger aus der roten Ecke vom Gibu-Ju-Fight in Mannheim. Unter der Leitung von Dennis Siever. Sportliches, freundliches und faires abgrüßende hier der beiden Teams, der Athleten, sowohl als auch der Coaches. Mit dem einzigen MMA-Match des Abends geht der Sieg in die rote Ecke. Applaus 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 Meine Damen und Herren! Asim Tabo's Club-Singer Saskia Defremo! Saskia Defremo! Meine Damen und Herren, Ihre Rekord-Training in die blaue Ecke aus dem Kopf-Vertender Griebe-Brusch, Artine Flodes! Vielen Dank! 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 Ich bin Tabo's Club-Vertender! Vielen Dank! 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 kidatsch goalie Bloomberg Z格lle Frimo geht hier sehr Der Nergisch nach vorne mit den Kombinationen nimmt viele, viele Angriffe auch ins Ziel. Atemey hier mit einem Spinning Elbow. Die messen sich beide nochmal an. Beide haben richtig Spaß an der Sache. Beide lassen sich auch beeindruckend durch die Finken der jeweiligen Gegnerin. Dann gibt es hier noch ein Messen der Lautstärke für den Fans der beiden Camps hier. Auf der einen Seite aus dem Punkt kommen, höre ich Atemeya Atemeyer und Saskia natürlich auch ihre eigenen Fans dabei hat, die denen gegenüber sind. Stürmischer Angriff nochmal von Saskia. Stürmischer Angriff Ausdruck-Pinch-Situation ist es tatsächlich immer wieder Atemeyer, die Saskia hier zu Boden bringt. Einiges ins Tränen gelegt zu haben, die diversen Würfe anzubringen aus der Extremsituation. Das macht sie sehr, sehr gut. Atemeyer hier scheint noch im Kopf zu haben, immer wieder den Spinning Elbow, den eingedrehten Elbow. Mega starke Runde, riesen Applaus für meine Kämpferinnen. In der nächsten Runde noch das öfteren sehen. Applaus für meine Kämpferinnen. In der nächsten Runde noch das öfteren sehen. Nein, 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 nein. 2. Runde Nummer 4 2. Runde Nummer 4 3. Runde Nummer 4 1. Runde Nummer 5 Jetzt kommt das Oberteil verrutscht, die Ringrichterin ruft, alles wieder an den richtigen Platz zu rücken. Schöne Hände hier von Sachs ja, die sieht es hier. Wiederum zieht die Gegnerin an die Seile, mit Druck im Clinch, limitiert von da aus aber auch die Möglichkeit, ein eigener Angriff ins Ziel zu bringen. Gute Kontrolle, aber wenig Effektivität. Wiederum der Wurfversuch, diesmal misslungen. Da hat Saskia den Braten gerochen und immer was verhindern können. Das muss mal kurz unterbrochen werden. Da gibt es einen kleinen Cut auf der Stirn offenbar. Und der Ringarzt bricht an dieser Stelle das Match ab. Starke Leistung, beide Kämpfe rum. Wir haben eine vorzeitige Siegerin. Mega stark. Joachim Dupont, wieder Ringarzt, das hier entschieden, zum Schutz der Athletin Saskia Defremau hier das Match abzubrechen. Und Athenia Flores, die verdiente Siegerin in einem sehr, sehr schönen, unterhaltsamen Match zwischen den beiden Damen. Ein Gewicht bis 55 Kilo. So, und an dieser Stelle gehen natürlich die Gesundheit der Kämpfer vor. Unser Doc hat direkt den Kampf abgebrochen, ganz klar, bevor da was Schlimmeres passiert. Riesenapplaus noch einmal bitte an beide Kämpferinnen. Ein ganz, ganz starkes Kino hier. Vieles mehr Thai-Match heute Abend hier von den beiden sehr, sehr ruhig, sehr, sehr erfahrenen Damen. Alles scheint gut zu sein. Perfekt. Super. Saskia, alles gut? Yes. Okay, nice. Okay, meine Damen und Herren, wir haben eine Siegerin. Die Siegerin kommt aus der blauen Ecke, Athenia Flores. Herzlichen Glückwunsch. Athenia Flores hier. Riesenapplaus nach Herrn Münchner, die beiden Kämpferinnen. Ganz, ganz starke Leistung. Extrem, mega starkes Niveau. Der 37. Sieg. Technikpalette. Alles gegeben. Respekt. Alles gepasst. Kampf vor Zenta Grievenbro unter der Leidenschaft von Fido Schummerbach. Schön zu sehen, so macht der Sport wirklich Spaß. Sehr, sehr schönes Match. Ein schöner Sieg. Ein Arbeitssieg. Aber ein schöner Sieg gegen Saskia Defremont vom Tag. Saskia, gute Überzeugung. Tag. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Ladies and gentlemen, coming to the Challenger, in the blue corner, I'll say, put in the blue corner, Christian Malokai. Thank you. 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 In these two years 你的 üst whackérie şiçaoales for very few years. そう. You won't pay for you. He won't pay for you. He won't pay me. He won't pay for you. He won't pay for you for that但ctuary. Thank you. Das ist es an dem Tag. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Meine Damen und Herren, Ladies and Gentlemen, wir haben einen Sieger, ganz starker Kämpfer, aus der blauen Ecke, Christian Madokai. Herzlichen Glückwunsch, neuer Deutscher Meister der ISK. Ja, auch mit einem riesen Applaus hat sein Gegner, Eduard Doktor, wer hat sich wieder sehr stark gefahren. Wir haben einen weiteren Titel, wir haben einen Titel schon hinzu, vor Budi-Dim, Mönchengladbach, bis 67 Kilo. Meister, deutscher Meister, der Isker. Eigentlich beißt ein bisschen sauer. Ich musste 300 Gramm heute schwitzen. Waren wir auf dem Wagen mit Eduard, dann meinte er, er muss abschwitzen. Dann habe ich gesagt, okay, alles klar mache ich. Dafür war ein bisschen Wut drinnen. Deswegen wollte ich nicht, dass der Kampf über fünf Runden geht. Aber ich danke euch, ich danke Frederic für die Veranstaltung. Er wollte, dass ich hier unbedingt kämpfe. Ich bin immer gerne bei ihm. Ich kämpfe immer wieder gerne. Er hat mich auch gefreut. Es war ein tolles Publikum, dass er uns unterstützt, unsere Kämpfer. Vielen Dank. Ich wollte mich ganz herzlich bedanken bei meinem Trainer, meinem Team. Ohne Peters, ohne ihn wäre das alles nicht möglich, der mich unterstützt. Onkel Willi, der gerade hier sitzt, der ist auch heute Abend hier. Das hat mich auch richtig gefreut. Und Freunde, die ich hier nicht jeden erwähnen kann, sind sehr viele. Vielen Dank, dass ihr gekommen seid. Schönen Abend noch. Und genießt den letzten Fight von Frederic. Du hast jetzt hier auch ganz viele neue Freunde und Fans gewonnen. Wir freuen uns immer wieder, dich hier zu sehen. Gute Leistung, starke Leistung, guter Junge. Weiter so. Weiter so. Viel Erfolg. Vielen Dank. Ich danke für dieses tolle Publikum. Nächstes Mal sehen wir bestimmt hier wieder. Alles klar. Nächstes Mal ein bisschen länger, ja? Ja, nächstes Mal machen wir ein bisschen länger. Alles klar. In Action. Dankeschön. Christian Malukay, neuer deutscher Meister der Iska. Christian Malukay, neuer deutscher Meister der Iska. Genau. Wir brauchen immer noch bitte 1, 2, 3, 4, 5 Tücher, um hier das Ganze mal ein bisschen sauber zu machen. Kann man schon fast schwimmen gehen. 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 Genau. Handtuch. Christian, können wir dein Handtuch haben? Ja. Der Glückwunsch an ihn. Ich bin deutscher Meister ganz neu kaufen. Und das Putin-Gym. Hervorragende Leistung hier. Mit einem krachenden Knockout das Gym beendet. Das ist sehr, sehr schön. Und meine Damen und Herren, wir kommen zum Hauptkampf des heutigen Abends. Ein K1-Kampf. Jetzt mixen wir hier alles. Vom Frederik Freikin, vom Taikin Aachen, dem Veranstalter der heutigen Knockout-Fight-Night gegen Agro Meoli. Wann, meine Damen und Herren! Wie sieht's aus? Seid ihr noch wach? Das hört sich nicht nach wach rein. Lass dich nicht losgehen. Finale! Immer noch nicht wach. Finale! So, besser! Meine Damen und Herren, Ladies and Gentlemen, wir kommen zum letzten Kampf des heutigen Abends. Mega geile Geschichte. Es wird schön knackig. Achtung! Fertig! In die rote Ecke. Die rote Ecke. Im Dank. In der rote Ecke. In der rote Ecke. In der rote Ecke. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Das Publikum Untertitelung des ZDF, 2020 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 Jetzt kommt es darauf an, dass Freddy gelingen hier weiterhin lang zu arbeiten. Da die Ermahnung an die Ecke. Es sind drei Betreuer erlaubt in der jeweiligen Ring-Ecke. Da hat er sich offenbar etwas mehr angesammelt. Die engen Freunde haben sich nicht neben mich leben lassen wollen, näher am Geschehen zu sein. Doch auch da hat er wirklich ein Auge drauf. Also zurück zum Kampf, Frederik Freikin. Wird es ihm gelingen hier lang zu bleiben, sich in der Distanz zu halten? Weg von den gefährlichen Schwingern, die da wieder nach durchkommen von Agron Meholi, Triple X genannt. Oder wird es Agron gelingen hier die Distanz zu schließen und am Mann arbeiten zu können? Mit den gedrehten Schlägen, Schwinger und Haken. Frederik jetzt hier mehr spielerisch. Gefällt mir sehr, sehr gut. Immer wieder mit dem stechenden Jab und dann gleich der Schritt zu seiner rechten Seite hinaus. Trifft gut mit dem Jab hier. Bringt Agron etwas aus dem Konzept. Noch mal eine rechte, noch mal eine rechte hinterher von Frederik und die 1-2 wiederum ans Kinn. Agron immer noch gefährlich, wenn er dann erst mal am Mann dran ist. Spannendes Duell zwischen den beiden. Eine Minute 40 noch auf der Uhr. Aber ich sehe hier bei Agron, Triple X Meholi, nicht mehr die Aggressivität, die ich noch in der ersten Runde gesehen habe. Nicht mehr die Entschlossenheit, nach vorne zu gehen. Da scheinen die Angriffe von Frederik doch öfter ins Ziel getroffen zu haben und auch bleibenden Eindruck hinterlassen zu haben, sodass Agron nun durchaus zögerlicher erscheint. Und da fasst er sich ein Herz, marschiert nach vorne, doch Frederik geht schön zur Seite raus und kontert zugleich mit seiner Kombination. Und dann nutzt er seine Reichweite, immer wieder mit dem stechenden Jab und ist dann weg durch Schritt und Meiden von Agron, Triple X Meholi, mit seinen Angriffen nach vorne kommt. Sehr, sehr schön, Freddy hat er sich kurz stellen lassen in der Ecke, aber ist dann entschlossen nach vorne gegangen, bevor Agron die Distanz hat schließen können und Vorteil daraus hat nutzen können, dass er in der Ecke getrieben hatte. Die letzten 13 Sekunden nun, wie gesagt, Agron wesentlich zögerlicher. Schöne, saubere, klare Treffer hier von Freddy, die ihr Ziel finden. Der probiert es auch noch mal in der letzten Sekunde, aber da ist das Match vorbei. Beide Athleten stehen noch, fallen sich in die Arme. Die Glückwünsche wünschen sich zu diesem schönen, sauberen und fairen Kampf. Hochklassik, das Publikum steht. Standing Ovations hier für beide Athleten. Ein schöner Kampf und durchaus wert eines Hauptkampfes. Diese heutigen Knockout-Fanheit hier aus dem schönen Wals. In den schönen Niederlande. So, Beine, kämpfen Sie bitte, wir kommen zum Ergebnis. Die Coaches, Valery Kippes in der roten Ecke und Frederik Johan in der blauen Ecke. Kämpfen Sie bitte. Meine Damen und Herren. Wir nehmen Ihre Athleten ab. Leeren Sie da Handschuhe. Und das wird in Kürze das Punktrichterurteil hier verkündet. Und wir haben einen einstimmigen Sieger. Sieger kommt aus der blauen Ecke. Frederik Freikin. Herzlichen Glückwunsch. Er bringt hier den Sieg nach Hause. Und wir verabschieden uns am heutigen Abend hier von Ihnen, liebe Fight24 Zuschauer. Wir hoffen, es hat Ihnen Spaß gemacht. Wir haben hier einen krachenden K.O. erleben dürfen. Ein interessantes Frauen-Box-Duell aus jungen Jahren, 18 und 19. Viele, viele schöne, aufstrebende Kämpfe und den ein oder anderen Erfahrenen. Ich hoffe, Sie sind nächstes Mal wieder mit dabei. Fight24 wird es. Mein Name ist Mick Mokoyuk und ich verabschiede mich von Ihnen. Einen schönen Abend. Vielen Dank.